Hallo zusammen, hier ganz kurz ein paar Bilder zu den Basissitzen im Audi e-tron 50, den ich gerade Probe gefahren habe. Die haben den Lederbezug, der ist optional, die Lordose elektrische Sitzverstellung. Der Sitz ist jetzt so eingestellt, dass er für meine Körpergröße passt, 1,88, 1,86, nicht übertreiben und man hat hinten ausreichend Platz. Ich finde, das Leder wirkt nicht besonders hochwertig, aber es ist nicht so glatt, also man kann ordentlich drauf sitzen. Die Lordose unterstützt gut, die Sitze sind ausreichend bequem und ich vermisse nichts. Die Komfortkopfstützen sind auch okay. Also grundsätzlich wäre das ausreichend. Man kann einzeln auch die elektrische Verstellung rausnehmen, also praktisch dann manuell für denjenigen, der das nicht oft braucht. Und es gibt sie auch als Stoffsitz. Ja, das war's in aller Kürze. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!